Hallo, ich bin Markus Bitsen vom Jagdhaus Rech aus dem wunderschönen Ahrtal. Herzlich willkommen zu einer kleinen Kochvorführung zum Tag der nachhaltigen Gastronomie von Slow Food. Wir hier aus dem Wild-Restaurant haben uns heute den Muffel vorgenommen. Eine doch recht seltene Art, die es aber bei uns hier im Ahrtal Gott sei Dank noch recht häufig gibt. Aber schon geschmacklich sehr speziell und ich möchte euch heute zeigen, wie wir einen Muffelrücken zubereiten und den nachher schön am Teller anrichten und mit einer leckeren Soße genießen werden. Viel Spaß dabei! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit dem Muffelrücken!